Ja, Servus, liebe Zuschauer. Ich melde mich jetzt wieder aus der Hausbox hier. Neben mir ist der Fritzi. Fritzi, wie lange bist du jetzt schon bei uns im Zähl? Silja, grüß dich. Ich bin jetzt 41 Jahre bei Eimzeit. Jetzt schaut er das an und er sitzt jeden Abend, nein nicht jeden Abend, aber fast jeden. So oft er kann, ist er hier. Das Tollste ist, er zählt immer schön seine Massen mit. Das ist jetzt der zweite, oder? Ja. Sehr schön. Also ich wünsche dir noch einen superschönen Abend und schön, dass du immer da bist. Bis morgen oder übermorgen oder irgendwie so. Aber eigentlich bin ich ja heute da, weil unser lieb Herr Brauereidirektor, der Herr Dr. Möller, jetzt muss ich ja mal schauen, ob ich da durchkomme. Darf ich da mal ganz kurz rein? Vielleicht würden Sie kurz aufstehen. Das ist ganz lieb. Herzlichen Dank. Weil so schön ist der. Super. Sie sind die Bierkönigin vom letzten Jahr, gell? Sie sind die Bierkönigin vom letzten Jahr, ist Adam. So, und jetzt sitze ich nämlich neben unserem Brauereidirektor und seiner lieben Frau. Und ich freue mich, dass wir die ersten zwei dort fast rum haben. Wie waren denn die ersten zwei Tage für euch? Also für uns waren sie super. Genau so muss es sein. Es hat einfach mit einer Spannung angefangen. Die Leute waren so richtig durstig auf Oktoberfest und das hast du gemerkt. Und alles, was so im Umfeld diskutiert worden ist, hat keine Rolle mehr gespielt. Und das Wetter hat gepasst. Gestern ist aber irgendwie der Brauereiwagen kurzzeitig nicht da gewesen, als wir losgefahren sind im Hofbräukeller. Kurze Aufregung. Was ist denn da gewesen? Na ja, der ist halt irgendwo im Stau rund ums Oktoberfest hängen geblieben und hat sich also verschätzt. Also München ist halt nicht mehr das, was früher mal war. Der braucht auch einen Pferdegespann länger. Obwohl die ja eigentlich Platz machen müssen. Aber das Tolle war ja, dass seine Frau gestern mit dabei war. Also ich muss ja dazu sagen, er fährt jetzt das wievielte Jahr den Brauereiwagen selber auf die Wiesen? Oh, das sind jetzt über zehn, das sind elf, zwölf Jahre. Und das lässt er sich überhaupt nicht nehmen. Aber, dass seine Frau auch die Zügel in der Hand hat, das haben wir gestern gesehen. Weil sie saß nämlich daneben. Wie war denn das? Sehr spannend. Aber man muss schon mal schauen, wo er hinfährt. Also, haben wir mal so ein wachendes Auge drauf gehabt. Also Sie haben ihm dann gezeigt, wenn er links oder mehr rechts oder... Ohne Weg hingeht. Sehr gut. Aber ihr seid gut mit uns angekommen. Es war ein super Auftakt. Wir haben euch ja immer gut im Blick gehabt. Genau. Ja, eben. Die sind ja hinter uns her. Also Gott sei Dank sind wir nicht falsch gefahren. Wir waren pünktlich da. Aber jetzt noch eine Frage. Wie lange sind Sie jetzt schon auf der Wiesen? Das wievielte Jahr? Das ist mein 19. Jahr. Mein 19. Wiesen. Ja, Wahnsinn. Sieg, sag mal nächstes Jahr. Ein Jubiläum. Gut zu wissen. Was hat sich denn jetzt verändert? Von damals zu heute. Gravierend. Gibt es da irgendwas? Na, es sind schon mehr Leute geworden. Aber so substanziell hat es sich nicht geändert. Die Freude aufs Oktoberfest ist noch immer da. Und mit einer Begeisterung kommen Leute von Bayern, aber auch von Deutschland oder international hierher. Es hat sich ein bisschen vermischt. Es gibt nicht mehr so das richtige Italiener-Wochenende. Aber wir merken natürlich unsere südländischen Freunde immer noch. Ja, wunderbar. Die brauchen wir ja auch, weil die sollen ja hier auch mitfeiern. Und wir freuen uns, dass wir jetzt noch schöne 14 Tage vor uns haben. Der heutige ist ja schon fast rum. Und hoffen wir, dass wir gesund bleiben. Bei mir ist die Stimme schon gestern ein bisschen dahingegangen. Irgendwo im Zelt liegt sie. Aber eine Frage muss ich jetzt noch fragen. Wenn ich eine Herzteilmalerin wäre und Sie könnten ein Herzteil malen lassen, egal was draufsteht, für wen würden Sie es malen lassen und was würde draufstehen? Ganz spontane Antwort. Das ist deine Antwort. Ich liebe dich. Für euch einander. Für jeden eins, oder? Das finde ich schön. So soll es sein. Also, ich bedanke mich ganz herzlich.